Schauen wir uns eine Person zwischen 20 und 30 an, also möglicherweise einen Studenten oder Berufseinsteiger. Hier gibt es einige Posten, die um die 30% gestiegen sind, wie etwa Zigaretten von 5,70 Euro für eine Packung in 2015 auf 7,60 Euro in diesem Jahr oder Strom, wofür unsere Beispielperson vor sieben Jahren noch 44,71 Euro monatlich gezahlt hat und dieses Jahr 60,67 Euro zahlen würde. In diesem Warenkorb haben wir aber auch ein Abo für den öffentlichen Nahverkehr eingefügt, wodurch unsere Musterperson dieses Jahr vom 9-Euro-Ticket profitiert. Durch den Kostenvorteil kommt der Beispiel-Warenkorb eines jungen Menschen auf eine Preissteigerung von nur 10,13 Euro über die letzten 7 Jahre, was einer Inflationsrate von 5,06% entspricht und damit die niedrigste unserer 5 Beispiele ist. Das heißt, der Einkauf unseres Studenten hat sich in 7 Jahren weniger verteuert als ein durchschnittlicher Einkauf in nur dem letzten Jahr. Wie sehen eure Erfahrungen aus? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wenn euch Sparteam interessieren, schaut mal in dieses Video rein. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video hier geholfen hat und abonniert unseren Kanal, wenn wir ein Update-Video zur Inflation und Preissteigerung machen sollen. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.